Ho, ho, ho! Ein bisschen rutschig hier, ne? Oh, was ist das denn, Alter? Übertrieben, Mann, übertrieben! Voll ins Gesicht, Mann! Ah, das ist, ah, das ist Single! Okay, alles klar, ich dachte, wir hätten jetzt nur Team! Doppelkill, Alter, hier geht's, geht die Party ab, Mann! Haha, ich hab 100 Punkte, Mann! Ist voll klein, die Map! Boah! Boah! Man kann Leute konfusieren, Alter, dann können die sich nicht mehr bewegen, oder was? Genießt es das denn! Ich glaube, hier ist ein abgestößter Eli! Was hat der falsch gemacht? Hat er die Geschenke bringen wollen, oder? Ich weiß jetzt, wo ich bin! Ich hab doch ganz genau erzählt, wo ich gerade bin! Das ist doch TD! Ich hab keine Idee! Alter, ne Eisbombe, Alter! Na hier! Na hier! Ich hab keine Idee! Boah, Alter! Moin! Kann man hier was aktivieren? Knopf oder so? Schade! Was? Du hast einen Shotgun gekriegt? Oh, lol! Ich hab hier diese Schneebomben nicht, die sind voll komisch! Muss ich die in die Nähe werfen, oder reicht das, wenn ich die in die Nähe werfe? Oder muss ich die auf die raufwerfen? Was ist mit den Leuten? Ähm, aber das war jetzt wieder ausgegangen! Ach, du hast ihn jetzt schon gefunden! Ah, jetzt gerade eben? Okay, alles klar! Das ist doch cool! So, okay! Ah, okay! Alter! Ich konnte mich nicht mehr bewegen, was war das? Okay! Ja! Ja! Ja, ja, klar! Alter, da wirft er hier nen Eisberg auf mich rauf! Ist das sein Ernst? Oh man kann richtig ausholen mit den Dingern hier Oh alter wie weit wirften der die dann krass Stich auf der Gondel auf bin ich auf der Gondel sein es ist vaters Todesseite auf dem Ding Boah stirbt doch mal Ist das dreckig ey Ist das schon eine Box hier mit drin Sind das alle Spieler Hast du nicht man Jetzt hast du mich ey Boah alter nicht immer wenn ich da Boah Arsch Alter Überarsch Aber so der Überflieger bist du nicht in dem Modus So der Überflieger in dem Modus bist du jetzt nicht ne Wir haben noch mal die Scheiß Shotgun machen wir mal mit dem Kopf alter was soll das Ey nehm doch nicht alle Pakete von mir weg bist du doof oder was Ich hab noch nicht einmal ne Shotgun gezogen wo kriegt man die denn her Einfach nur aus dem random Paket? Das ist voll komisch, ey. Ich merke immer nur, dass ich sterbe. Ich weiß nicht warum, aber ich sterbe. Ich habe den Eisball leider, tut das nicht wirklich weh, wenn ich da mit jemandem abwerfe? Typik hier, Alter. Gute Sache. Drei Bomben hintereinander abgeworfen hier. Ich ziehe gerade alles um ihn weg. Oh, jetzt hätte mich fast das Ding hier selbst gemacht, steht. Naja, genau, lass mich mal.